Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe auch einige schöne Fragen im Gepäck, die ich auch gleich mal anfangen zu beantworten. Die Mirena hat ein Problem in ihrem Garten. Ab und zu kommen Rehe in der Nacht bei ihr vorbei und wenn die Rosen ihre neuen Blütenköpfe rausstrecken, sind sie innerhalb von einer Nacht abgefressen. Man kann sehr gut das Blutmehl ausbringen, gerne ein bisschen mischen mit Wasser und dann kann man sowohl spritzen als auch gießen. Also auf jeden Fall in dem Bereich der Rosen oder zum Beispiel im Frühjahr sind die Hornfeilchen sehr beliebt und wenn man dann Blutmehl mit Wasser mischt und das ausbringt, ist das auf jeden Fall ein Mittel, was gegen Rehe hilft. Dieser Geruch von dem Blutmehl, das löst den Fluchtinstinkt aus und die Rehe verlassen den Garten. Wenn man Bäume gepflanzt hat, dann ist das immer ein bisschen gefährlich, wenn die Stämme angefressen werden. Nicht nur von Rehen, auch von Kaninchen. Da gibt es so eine Schutzspirale, dass dieser Stamm geschützt ist und nicht angefressen werden kann. Oder zum Beispiel an der Grundstücksgrenze kann man auch eine Dorn- oder Stachelhecke pflanzen, die halt die Tiere vom Garten fernhalten. Zum Beispiel eignet sich da die Pyrakanta, die Crategus monogyna oder auch zum Beispiel Berberitzen. Die gibt es sogar in verschiedenen Laubfarben. In grün und in rot kann man auch zum Beispiel gemischt pflanzen, wenn man ein bisschen Farbvielfalt haben möchte. Das sind alles Möglichkeiten, um die ungewünschten Tiere vom Garten fernzuhalten. Gikarin hat eine Frage geschickt. Ihre Pfingstrosen, die über viele Jahre sehr zuverlässig geblüht haben, blühen auf einmal nicht. Bei Pfingstrosen muss man wirklich darauf achten, dass die nicht zu tief gepflanzt sind. Das hat sie natürlich zu Beginn nicht, weil sie zuverlässig geblüht haben. Aber wenn man dann im Laufe der Zeit eine Laubdecke drauf hat zum Frostschutz oder man düngt mit Kompost oder man macht einen Pflanz-Erde-Gemisch auf die Pflanzen, damit man wieder ein bisschen neue Nährstoffe, Humus in den Boden bekommt. Somit wird natürlich auf dieser Stau der Erde aufgebracht und somit ist die Pflanze dann theoretisch tiefer in den Boden. Und Pfingstrosen mögen einfach mit ihrem Knospen die Sonne riechen. Also sie soll wirklich direkt unter der Erdoberfläche gepflanzt werden, dass im Frühjahr, wenn die Knospen treiben, gleich die Sonne auf die Knospen scheint und dann blüht sie auch sehr zuverlässig. Sie kann dann einfach mal in den Garten gehen und dann gucken mal, wenn sie ein bisschen mit den Fingerspitzen erst vorsichtig gräbt, schauen, wie tief die Pflanze drin sitzt und wenn sie merkt, aha, es ist zu viel Erde oben drauf, diese Erde einfach abtragen. Es macht nicht unbedingt Sinn, die Pflanze rauszunehmen und höher zu setzen, weil das könnte sie vielleicht auch übel nehmen. Also ich würde wirklich die ganz einfache Variante Erde ein bisschen obenrum abtragen, dass die Knospen wieder die Sonne riechen können. Man kann natürlich auch noch ein bisschen mit Dünger unterstützend wirken, also hier auch wieder den Oscorner Animalin, den Allrounder, den kann man da sehr gut düngen und regelmäßig wässern, damit sie halt nie unter Wassermangel leidet, weil dann ist sie auch etwas blühfauler. Ich hoffe, dass ihr die Frage so weiterhilft und ich freue mich, wenn wieder ihre Pfingstrosen nächstes Jahr ordentlich blühen. Die Ursula hat zu Blühsträuchern eine Frage und zwar fragt sie da, wie und wann man die am besten umpflanzen kann. Da gibt es wirklich wichtige Regeln, die man beachten sollte, damit auch dieser Strauch wieder neu anwächst an dem neuen Standort und auch wieder neu austreibt und nicht eingeht. Man kann eigentlich so pauschal sagen, wenn eine Pflanze länger wie drei Jahre an einem Standort steht, sollte man sie nicht mehr verpflanzen. Wenn sie dann zu groß geworden ist, kann man halt mit einem Rückschnitt dann die Größe ein wenig korrigieren, aber ein Verpflanzen ist dann nicht mehr möglich, weil wenn eine Pflanze länger wie drei Jahre am gleichen Standort steht, dann wird sie im Wurzelbereich etwas bequem und sie bildet möglichst nur Standwurzeln aus weniger Ernährungswurzeln, also sprich solche kleinen weißen Faserwurzeln. Und wenn man dann mit Ballen diese Pflanze verpflanzen möchte, dann wenn eine Pflanze, ich sage mal fünf oder zehn Jahre im gleichen Standort steht, dann bleibt der Ball nicht mehr beisammen, fällt auseinander und dann ist die Pflanze ungefähr so wie wurzelnackt und dann wächst sie auf keinen Fall mehr an. Also sollte eine Pflanze nicht länger als wie drei Jahre in einem Standort stehen, dann kann man sie noch sehr gut verpflanzen. Wann sollte man das machen? Auf jeden Fall in der Vegetationsruhe. Also so wie dieses Jahr ist es im Herbst noch relativ warm, da sollte man auf jeden Fall bis November warten und solange es nicht friert, kann man das vornehmen bis in den März hinein. Auch gerne im oberen Bereich zurückschneiden, damit einfach oben die Masse reduziert wird, damit die Pflanze sich erst um die Wurzel kümmert. Um ein gutes Anwurzeln dann zu gewährleisten, sind wieder die Basics zu beachten. Pflanzringformen und dann regelmäßig gießen, sollte es dann über längere Zeit wieder trocken sein und dann sollte eigentlich dem Anwachsen nichts im Wege stehen. Ich hoffe, dass ich die Fragen ausreichend beantwortet habe, dass ich eine kleine Unterstützung bin und ich würde mich freuen, wenn weitere Fragen reinkommen. Gerne in die Kommentare schreiben oder an die Meistersprechstunde at pflanzmich.de, wenn ihr den Kanal abonnieren würdet und bis dahin eine schöne Gartenzeit.